Die Sinne verwöhnen. Weingut Schäfer. Neustadt Musbach. Von Beate Schling, RKW-Kompetenzzentrum Eschborn. Das Weingut. Das Weingut Schäfer verfolgt zwei Qualitätsziele. Zum einen, guten Wein zu produzieren. Zum anderen, das Weingut zu einem Erlebnis für alle werden zu lassen. Der Familienbetrieb liegt im äußersten Südwesten Deutschlands, zwischen Mannheim und Kaiserslautern in Neustadt an der Weinstraße. Der Küfer- und Winzermeister Axel Schäfer führt das Unternehmen seit 1991. Es wird nach umweltschonenden und nachhaltigen Prinzipien gearbeitet, was nicht nur für den Weinbau selbst gilt, sondern für das Leben auf dem Gut insgesamt. Barrierefrei bauen. Ganz einfach. 1962 siedelte das Weingut, damals noch unter der väterlichen Leitung, vom Ortsinneren auf einen großzügiger bemessenen Standort in den Weinbergen um. Damals wurde natürlich noch nicht an Barrierefreiheit gedacht. Jedoch wurde das Gut so gebaut, dass die Weinflaschen bequem transportiert und nicht getragen werden müssen. Daher gibt es, mit Ausnahme des Fasskellers, im Weingut keine Stufen. Es wurden Rampen gebaut, wo es galt, Höhenunterschiede zu überbrücken. 1990 kam die eingeschossige Weinlagerhalle dazu. Durch das Vorhandensein moderner Isoliertechnik konnte man diese ebenerdig bauen. Auch hier wurde bei der eingeschossigen Konzeption zunächst noch vordergründig an die Zugänglichkeit für den Gabelstapler gedacht. Erst im Jahr 2002 sollte sich das ändern. Ein weiteres Weingut wurde dazu gepachtet. Durch den Vorbesitzer kam eine gewisse Sensibilisierung für das Thema Barrierefreiheit in Gang. Bei einer baulichen Erweiterung um einen Weinkaufs- und Probierraum, das Vinarium, wurde dann ganz bewusst auf Zugänglichkeit auch für mobilitätseingeschränkte Menschen geachtet. Zusätzlich wurden eine 20 cm breitere Tür zum Toilettentrakt und eine bodengleiche Dusche eingerichtet, ein schräg gestellter Spiegel und zwei Haltegriffe angebracht. Damit war der Bau zugleich auf eventuelle Einschränkungen von Senioren ausgerichtet, die zur Hauptzielgruppe des Weingutes gehören. Barrierefreie Reisemobilplätze Zur Zielgruppe des Weingutes gehören auch Urlauber, vielfach Menschen mit Behinderungen, die das Reisen mit an ihre individuellen Bedürfnisse angepassten Reisemobilen bevorzugen. Einige Reben mussten weichen, um einen geeigneten Stellplatz einzurichten. Für Gäste mit Gehbehinderung ist der Sanitärbereich, der für Kunden bei der Weinverkostung eingerichtet wurde, durch den zusätzlichen Einbau einer von außen zu öffnenden Tür problemlos nutzbar. Weinerlebnisse für alle Das Ziel des Weingutes besteht darin, dass alle Gäste an allen Angeboten teilnehmen können. Seit 2002 finden Weinproben mit Gebärdendolmetschern statt. Dazu sei, so der Winzer, gar kein besonderer Aufwand notwendig. Er müsse eben nur sein Sprechtempo etwas anpassen. Bei kulinarischen Weinproben sind vornehmlich Geruchs- und Geschmackssinn angesprochen. In Sensorik-Seminaren können sehende Teilnehmer mit verbundenen Augen Geschmacks- und Geruchserlebnisse intensiver genießen. Dabei zeigt sich vielfach, dass ohne den optischen Eindruck das Wiedererkennen von Nahrungsmitteln gar nicht so einfach ist. Führungen für alle sind möglich, sowohl in die oben beschriebene Lagerhalle als auch an bzw. in die Weinberge. Seit Januar 2011 führt das Unternehmen auch regelmäßig Blindverkostungen durch. Dabei werden im stockfinsteren Keller des Weingutes für sehende wie blinde Gäste Weinproben angeboten. Entsprechend sollen in Zukunft die bisher schon üblichen Theateraufführungen auch im Dunkeln stattfinden. Schließlich werden Segway-Touren auch für Menschen mit Gehbehinderungen den Weg in die Weinberge ermöglichen. Musik Die weed-Touren тов Untertitelung des ZDF, 2020